hallo ihr fantastische menschen da draußen willkommen zu einer neuen folge retro panda quält sich und heute ist ein zuschauerwunsch vom schnuffel panda dran ja fantastischer user den namen natürlich passt natürlich und dieser zuschauer oder zuschauerin hat sich godzilla für den gameboy gewünscht ein interessantes spiel würde ich sagen was auf jeden fall gut in dieser serie passt und zwar ist das auch eines der wenigen spiele die in meinem gameboy gurkenbuch besprochen wurden aber für die ich noch kein video gemacht habe kurzer aufruf noch ich habe ja ein kleines büchlein geschrieben mit 48 schlechten gameboy spielen die ich kurz und knapp hier alle beschrieben habe falls ihr auch ein exemplar haben wollt es sind auch ein paar da informationen wie es zu bestellen gibt gibt es natürlich im beschreibungsfeld kostet 7 euro inklusive versand also das geht eigentlich noch aber zurück zur weg von der schamlosen eigenwerbung zurück zum spiel und zwar das spiel ist aus einem grund in diesem buch gelandet und deswegen hat sich der schnuffel panda vielleicht auch gewünscht und zwar nicht weil das spiel an sich schlecht wäre sondern aus einem anderen grund und den finden wir jetzt heraus ihr seht es hier schon die ganze zeit durchlaufen es sieht sehr spektakulär aus muss ich sagen seht ihr diese zeichnung godzilla da stellt ihr euch ja ein riesen monster vor womit ihr denn irgendwelche städte verwüsten könnt und ähnliches wie wurde das allerdings auf den gameboy umgesetzt das schauen wir uns jetzt an ich starte einfach mal ein neues spiel und ihr seht es ja entlastet ja ihr spielt einen mini klüttel c uc Godzilla klettert irgendwelche Weinranker oder Schlingpflanzen hoch und müsst euch hier durchkloppen. Also euer Ziel ist es hier im Level immer, diese Steine zu finden und zu zerstören. Es ist natürlich ein bisschen tricky. Ihr seht, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, weil hey, wenn ich das in das Buch aufnehme, dann muss ich es auch schon mal gespielt haben. Und die müsst ihr dann halt entsprechend kaputt hauen, diese Steine. Also vielleicht nicht gerade das, was man jetzt bei Godzilla sofort im Kopf hat. Und deswegen ist das Spiel auch in meinem Buch gelandet, weil, ganz ehrlich, wie kommt man auf die Idee, mit der Godzilla-Lizenz so einen Umfug zu treiben? Und wieso geht da hier nicht platt? Ich muss da durch, toll. Da gibt es bestimmt irgendeinen Trick, wie man das sonst schafft. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein unschuldiges Arcade-Game, nenne ich es einfach mal. Schön und gut. Aber, Leute, das könnte man mit sonst was machen. Da könnte ich ja, keine Ahnung, ein kleines Männchen Indiana Jones rumlaufen lassen. Oder keine Ahnung was. Indiana Jones würde da ein bisschen mehr Sinn machen. Keine Ahnung, Tempel erforschen oder irgendwie sowas. Aber Godzilla, der König der Monster. Warum? Warum, Freunde? Und ich frage mich gerade hier mit dem Level. Ich komme hier nicht weiter. Ach, da unten. Ey, nee, ne. Jetzt muss ich da jetzt nach ganz unten, um das Level hier abzuschließen. Was für ein ödes Level-Design ist das denn jetzt? Ich bin jetzt die ganze Zeit hier hochgelaufen, um oben einen Stein kaputt zu schlagen. Nur wieder komplett unten. Das ist doch wirklich hier designt wie das Überflüssigste überhaupt. Also künstlich langgestreckt von einem Bildschirmrand zum anderen. Boah, okay. Also ich lasse immer noch mal die Meinung offen, ob das Spiel jetzt an sich, wenn man das jetzt von, ich sag mal, Godzilla jetzt freinimmt, gut ist oder nicht, ne? Aber Leute, Leute, nein. Guckt euch mal, sie haben es ja versucht. Sie haben es ja versucht, irgendwie, dass das eine schöne Grafiken zu packen. Ihr habt das ja im Intro gesehen, wo die ganzen einzelnen Untermonster in der nächsten Mal vorgestellt werden, ne? Das sieht alles klasse aus. Das sieht alles klasse aus. So, schraube ich mal hier so runter. Also, sie konnten Grafik, konnten sie. Ne, kann ich das ja durchhauen. Schade. Kann ich das hier kaputt hauen? das ist anscheinend nur durch die Steine. Ich weiß nicht. Übrigens, ich hab's, ich glaube, ich hab jetzt hier eine Sackgasse manövriert. Das war wahrscheinlich falsch, nehm ich mal an. Ihr seht's vielleicht, ich hab eine neue Aufmachung. Ja, und zwar, äh, hab ich mir mal, äh, durch einen sehr, sehr guten Künstler, äh, Pixel-Künstler, mir neue Rahmen erstellen lassen. Ne? Wie ihr seht, hier, ein bisschen aufgehübscht, das Grünschema stimmt natürlich schon. Ähm, viel schönes, so 90er-Jahre-Design und, äh, dass das, äh, dass das Spielcover natürlich auch mal ein bisschen schöner präsentiert wird. Äh, und ich komm, ich glaub, ich hätte hier so drüber klettern müssen, Ich hab, ich hab mich verbockt. Ich hab hier irgendwie bis Z. Warte, äh, so, Try again, okay. Weil ich hab das Gefühl, ich hab, oh, explodiert da sogar. Ich hab mich da eine Sackgasse in Manövriert, glaub ich. Äh, ja, und falls, äh, das und, für die anderen Super Nintendo Streams und sowas, hab ich auch einen neuen Hintergrund. Äh, feier ich momentan sehr stark ab. Genau, genau so hätte ich das wahrscheinlich machen müssen. So, zack. Also, ein bisschen Puzzletelemente sind dabei. Ähm, wie gesagt, ich find's halt jetzt nicht so schlecht, aber, es ist wirklich nicht das, was man von Godzilla erwarten würde. Deswegen ist das Spiel jetzt auch von der, äh, guten Bewertung in meinem Buch auch relativ, äh, ja, sanft davongekommen, sage ich mal. Äh, ich hab hier wieder verhunzt, oder? Ich hätte da weiter müssen. Oh. Reden und spielen, Freunde. Reden und spielen, das ist gar nicht so einfach. Ähm, aber ich wollte euch unbedingt mal dieses Spiel zeigen, weil es ist wirklich so, so die Enttäuschung. Ihr seht ja auch oben, äh, das Cover. Das hat weder, mit dem Design, zu dem Spiel irgendwas zu tun, noch sonst was. Ach, kann ich vielleicht einen Spring hauen. Dann könnte ich vielleicht weiterkommen. Das hat irgendwie nie, nichts, im Entferntesten, damit zu tun. Ah, und damit muss das runtergehen. Also man muss schon die Level so ein bisschen auswendig lernen, welche Reihenfolge mache ich sonst was. Gehört ja zum guten Puzzlespiel dazu. Das passt da natürlich. Aber warum Godzilla? Was ist bei den Entwicklern im Kopf vorgegangen? Wir haben das Spiel, lassen wir das Spiel draus machen. Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ich bin, ich bin ein Ratlos, Ich weiß, vielleicht habt ihr eine Idee, vielleicht gibt es da irgendeine interessante Hintergrundgeschichte, die ich jetzt nicht kenne. Ähm, Okay, kann in der Luft schweben anscheinend. Okay, es ist not a bug, it's a feature nehme ich mal an. Ähm, aber ich habe das ganz starke Gefühl, das sollte eigentlich ein anderes Spiel sein. Das muss ich jetzt hier gegen die Wand kloppen und dann bin ich hier auch gleich fertig. Ich habe es doch hingekriegt. Okay, also es wird auf jeden Fall etwas komplexer. Das muss ich da denn zum Ausgang. Ähm, so, genau. Und was, Design, ne? Schön Gameboard Kamera hier oben und cetera. Das, äh, Modul ist sehr schön und, äh, andere Seite. Boah, hier, da, natürlich auch der schöne, Bildschirmrand. Okay, es hat anscheinend auch was vom Boulderdash, dass man erschlagen werden kann. Naja, es ist ja nicht verkehrt. Hahaha. Sprach er und lief da rein. Naja, auf jeden Fall, ich würde sagen, äh, okay. Die Größation bei mir lässt nach. Ich hoffe, euch gefällt der neue Rahmen. Wenn ihr auch das Buch haben wollt, wie gesagt, unten sind Bestellmöglichkeiten. Oder das Spiel an sich, wie gesagt, es ist nicht schlecht, aber es ist einfach nicht das, was man auch im Entferntesten auch nur erwartet. hey, ein netter Puzzler, schätze ich mal, worauf man sich durchaus einlassen kann. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.